nein da da bin ich hier sowas hat mir auch noch nicht das ist wirklich sehr komisch so und ich dachte schon wir hätten jetzt jemanden ein gutes gefunden oder so ein magisches amulett cool wir tragen es jetzt noch nicht ich weiß ja noch nicht was es macht dann ist es gut oh geil wieder ein dolch jetzt habe ich nicht aufgepasst wie viel gold das ist da waren zwei schätze ineinander 60 gold da ist schon wieder einer schon wieder ein toten schädel ein teleporter das ist der teleporter der uns zurück dahin gebracht hat geil gehen wir noch mal hin jetzt gehen wir über diesen weg mal sehen wohin der für geöffnet vermutlich komme ich jetzt wieder dahin ein teleporter ja speichern und rein okay kein teleporter dann gehen wir nach unten eine fackel passiert nichts wo sind wir jetzt da ist ein unlock das machen wir gleich nicht mein schatz gar nichts schade okay aber da oben ist eine lampe bei der nichts passiert bei der nichts passiert okay wo wir da jetzt wohl hinkommen wir waren hier auch noch nicht in dieser gegend wo viel gold aber hör auf mich zu schlagen so du hattest 36 gold dabei ja das geht so speichern ich will jetzt hier die fackeln kontrollieren bei denen absolut nichts passiert gehen wir in die tür rein okay ein geist 3 gold das war das falsche ich will erst mal looten bevor ich speichere oh cool bücher oder ingredienzen die bücher sind auch wieder 2500 gold wert wenn wir sowas finden das wäre glaube ich fast am idealsten okay gehen wir wieder zurück hier ist nichts so jetzt kann ich da links runter oder da rauf ich will rauf ich war auf dem zombie drauf ich war auf dem zombie drauf Es hat viel kleiner ausgesehen. Ah, nicht wieder. Erst looten. Hier ist irgendwo eine Maus. Äh, rate mein ich. So, 36 Gold und noch ein paar Gegenstände. Speichern. Keine Ahnung, wo die ist. So, klettern wir mal nach oben. Klettern. Jetzt. Finden wir die vielleicht noch? Moment mal, da ist ein Da ist die bestimmtere. Ähm. Da. Ein Gold. Ach. Ich will doch nicht speichern. Ich will erst looten, dann speichern. Okay, die hatte nichts. Jetzt will ich speichern. Hm. Okay. Ein faulender Leichnam. Ist da sowas mit nach oben? Der soll jetzt aber nirgends ein... Nein, das ist kein Teleporter da oben. Okay. Manchmal ist da oben ja ein Teleporter in solchen Räumen. So, eine Schädelkerze und zwei richtige Kerzen. Was ist das? Ach, ein Zombie. Vier Gold. Ich dachte jetzt, da steht irgendeine Frau oder so. Ich wollte schon wieder Escape drücken. Der hat 68 Gold. Karte. Okay. Da passiert nichts. Und hier geht es abwärts. Na gut, abwärts. Das ist nur noch diese Tür. Hier gibt es nur noch diese Tür. Wo führt die hin? Okay. Ich will nach oben. Ach, das ist eine Ratte. Ein Gold. Ein Schlagtot. So. Hat er nichts. Da ist auch nichts. Und wir haben auch nichts zu übersehen bisher. Okay. Hier geht es abwärts. Ganz schön steil abwärts. Da vorne ist auch wieder eine Ratte oder so. Ich möchte aber erst da rein. Das ist ein Zombie. Ein Gold. Ah, jetzt hat er uns die Ratte gefunden. Da hängt sie. Zwei Gold. Okay. Da ist nichts. Und da. Haben wir jetzt 72 Gold. Was ist das für ein Stab? Stahlstab. Okay. Und was ist das da? Einfach nur Papier. Egal. Lass mir liegen. Speichern. Ja, hier gibt es sonst nichts. Hm. Da passiert nichts. Passiert auch nichts. Ich möchte tatsächlich da runter. Ah, ein Stein. Passiert da vielleicht was? Keine Ahnung, was die sich alles einverlassen. Vielleicht kann man bei dem Stein ja irgendwas machen. Also die Entwickler meine ich jetzt. Oder es ist nur Schutt. Und darunter ist das was versteckt oder so. Okay. Da ist nichts. Ah, ja. Okay, aber ich war hier noch nirgends. Ich bin mal da entlang. Da geht es noch weiter runter. Und hier war ja irgendwo noch ein Sack. Aber da passiert auch nichts. Na gut. Ich möchte speichern. Passiert nichts. Hier war ich auch noch nicht. Dann gehe ich durch die Tür. Gehen wir durch die Tür. Hier ist nichts. Aber da drin ist bestimmt irgendwas. Eine Ratte. Ein Gold. So, hat er nichts. Dann speichern. Ja, hier ist doch sonst nichts drin. Gehen wir wieder raus. Da ging es weiter, oder? Ja. Da ging es weiter. Ich möchte jetzt nicht mal nicht nach unten. Ich möchte da hin. Na toll. Das hatte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Egal. Gehen wir geradeaus weiter. Da passiert nichts. Ein Zombie. Ihr Vizepräsident war zwei kleine Pieße of Wood. Apparently something that needed to repair. Okay. Ah, nein. Jetzt hat er ja, jetzt hat er, glaube ich, nichts mehr mit dem Inventar, oder? Ja, jetzt hat er nichts mehr. Das ist auch ein bekannter Bug. Das ist das Inventar dann einfach geleert wird. So, die Wurzel wollte ich mir ansehen. Okay, passiert nichts. Gehen wir nach links, nach oben. Da geht es um die Ecke. Da sind auch mehr Wurzeln. Oh, und das ist eine Ratte. Zwei Gold. So. Fechern. Aha. Gehen wir rechts entlang. Da unten ist eine Ratte. Die kommt jetzt zu uns hoch. Ja. Viel Gold. Hatte nichts. So, kleine Lampe. Da passiert auch nichts. Gehen wir durch die Tür. Da ist ein Unlock. Oh, doch. Sie tat es. Sonst nichts. Nur hier in diese kleine Kiste. Aber da passiert auch nichts. Na gut. Ich möchte da rechts weiter. Oh, mein Gang. Paralysiert. Frieden. Ach, Moment mal. Ich habe ja hier was. Ähm. Das da. Fails. Mist. Okay. Fails. Schon wieder. Ach, wieso. Schläfst du dauernd ein Fehl? Jetzt. Ein Gold. Der Geist ist zu lieber. Oder ist da noch einer? Viel Gold. Okay. Naja. Looten wir die Geister. Der hat nichts. Der hat aber auch nichts. Rauf, runter, rauf. Ich möchte dort entlang. Ah, eine Ratte haben wir gefunden. Ein Gold. Ich glaube, das ist irgendein Zombie, oder? Wo wir den wohl finden werden? Hm. Gehen wir da entlang. Ah, jetzt sind wir da. Ich bin im Kreis gegangen. Okay. Dann gehen wir jetzt da runter, oder? Ja, da runter. Da ist nichts. Dann geht es erst da hoch. Paralysiert. Ich wurde doch gerade erst paralysiert. Ach komm. Nicht Fee schlagen. Fünf Gold. Da oben ist der Zombie. Vier Gold. So. Der Zombie hatte 36 Gold und einen Vorschlag haben wir für uns. Und der Geist hatte nichts für uns. Na gut. Gehen wir weiter gerade aus. Also, äh, da lang, genau. Da ist nichts. Da geht es wieder runter. Ja, egal. Gehen wir mal da runter. Das ist ja eine Truhe. Da unten waren wir schon. Ich möchte bei der Truhe mal was versuchen. Geht offenbar nicht. Ich sehe auch nicht, dass es eine Truhe ist. Also, es ist wirklich nur ein Dekorationsgegenstand. Ähm, dennoch speichern. Gehen wir mal da nach unten. Oh. Sackgasse. Okay. Anderen Weg. Danach links. Okay, da war es jetzt nichts. Hier war ich auch noch nicht. Aber da ist ein Zombie. Fünf Gold. Das ist wieder irgendwo ein Zombie. Und eine Ratte ist jetzt auch in der Nähe. 60 Gold. So, ich möchte noch Norden, glaube ich. Okay, da war es jetzt nichts. Aber da sind noch ein paar, die ich übersehen hatte. Okay, wo ist hier die Ratte? Da unten waren wir schon mal. Ah, okay. Das hatte ich ja gerade eben getestet. Nee, das war keine Ratte. Das war eine Fledermaus, oder? Das ist eine Ratte. Da ist sie auch schon. Oh. Naja. Irgendwas habe ich weggedrückt. Aber es war kein Gold. Es war ein Text. So, speichern. Dann haben wir eine Fackel. Und hier war ich noch nicht. Dann gehen wir mal durch die Tür. Okay. Da passiert nichts. Kleine Ratte. There is nothing useful in the victim's pockets. Just a small bowl of wax. Jetzt ist da gar nichts mehr in den Taschen drin. Die hat nicht mal mehr Taschen. Die hatte sie auch vorher nicht. Maultaschen wahrscheinlich. Okay. Ähm. Hier ist aber sonst auch nichts drin, oder? Nein. Dann gehen wir zurück. Also, ich bin gespannt, wann wir den Geist von Nisandos finden. Und ob wir dafür den ganzen Dungeon durchgehen müssen. Da ist einer der Zombies. 2 Gold. So, zumindest ist es jetzt ruhiger. 156 Gold. Speichern. Warte mal, da vorne ist auch noch ein Schatz. Uh, geil. 108 Gold. Ach, genau. Bücher. Ich habe schon wieder kein Buch vorgelesen. Ich hoffe, ich vergesse das nachher nicht. Na gut. 2 Wege gibt es da. Einen Weg nur noch. Denn das ist jetzt auch eine Sackgasse. Uh, Schätze. Das ist es. Das ist es. Denn das ist ja mal.